Auch der neue Standard EBU R128 wurde sehr schnell in Nuendo integriert. Zur Messung gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann beim Control Room bzw. Metering vom Master auf die Lautheit umschalten und dann den Spot anhören und sich die Werte angucken. Auf der Suche nach dem Besonderen, nach Qualität und Einzigartigkeit haben wir uns dem traditionellen Sattler- und Feinteschner-Handwerk zugewinnet. Es gibt aber noch eine schnellere Methode, und zwar die Lautheitsspur. Denn diese kann die Lautheit auf Lime berechnen, über schnelle Analyse. Das Schöne ist, dass hier die Überschreitung der True Peaks über die Pfeiltasten angebildet werden kann. Auch diese Funktion ist neu. Soll es einmal schneller gehen, dann kann man beim Exportieren auch auswählen, dass die Datei auf die Durchschnittslautheit normalisiert werden soll. Eine wirkliche TV-Mischung wird das nicht ersparen. Wenn es für ein Layout aber mal schnell gehen soll, ist das sicher eine große Hilfe.